Vertrauen. Man muss es sich verdienen. Indem man stark ist. Indem man das tut, woran man glaubt. Vom ersten Moment an. Vertrauen. Man braucht es, um die Zukunft zu gestalten. Um alte Kapitel abzuschließen und neue zu beginnen. Vertrauen bringt uns einander näher. Vertrauen ineinander. In Freundschaft. Wir geben es an neue Generationen weiter. Wir sind Harpat. Wir bauen seit 1966 Vertrauen auf. Mit geschickten Händen und Herz fürs Unternehmen. Innovative Technik mit Blick auf die Zukunft. Unsere Anhänger sind jeder Aufgabe gewachsen. Egal vor welcher Herausforderung Sie stehen. Mit Vertrauen werden Sie es schaffen. Mit Vertrauen 8183 10194 10214 1022